Ich schlafe überall, egal ob im Wald, am Fluss, auf Kuhweiden, auf Bänken, auf dem Berg, in Lost Places, in der Höhle, unterm Felsen, im Tiefschnee, unter Autobahnbrücken, unter Zugbrücken, in Bushaltestellen, auf Bahnstiege oder im Asbestmüllsack. Guten Morgen, ich bin wach. Ich habe in diesem Müllsack geschlafen. Das war richtig kalt und feucht. Diese ganze Feuchtigkeit, also diese ganze Luftfeuchtigkeit, das hat richtig geil reingezogen. Es ist ja alles richtig feucht. Voll geil. Meine Lungen fühlen sich voll scheiße an. Und ich glaube, das war keine so gute Idee gewesen, in diesen Müllsäcken zu schlafen, weil diese Müllsäcke, die sind ja vom Lost Place Abenteuer, wo wir in diesen ganzen Schuttern gepennt haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser ganze Schutt alles asbesthaltig war. Und dass hier bestimmt auch ganz viel Asbest drin ist. Und Asbest ist sehr krebserregend und das ist sehr, sehr scheiße. Das ist richtig beschissen, dass ich das die ganze Nacht eingeatmet habe. Nicht, dass ich nach dieser Nacht Lungenkrebs oder sowas bekomme. Das ist voll scheiße. Guck mal, guck mal hier. Diese ganzen Staubreste hier vorne, ist alles asbesthaltig. Das sieht sehr, sehr ungesund aus. Und krebserregend, dieses weiße Zeug hier. Also bevor ich hier drin gepennt habe, habe ich überhaupt gar nicht dran überlegt. Aber erst jetzt, wo ich aufgestanden bin, ist mir das so eingefallen. Und hier, das ist alles hier feucht. Das ist alles nass. Hier sind überall Tropfen und sowas. Das heißt, ich habe richtig nass geschlafen. Das war voll unangenehm gewesen. Aber es war sehr ruhig gewesen, hier zu schlafen. Aber ich merke auf jeden Fall, dass dieses asbesthaltige Staub schon in meine Lunge reingefressen ist. Das ist voll scheiße. Asbest muss weg. Das muss abgeschafft werden.